Hallo Leute, willkommen zurück zu Voxel Tycoon und an der Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten, die jetzt in den letzten Tagen relativ gesehen zahlreich dazugestoßen sind. Wir spielen hier allerdings noch die Prä-Alpha-Version, weil ich will jetzt nicht hier nochmal wieder ein neues Level anfangen mit dann der Steam-Version, sondern ich will das jetzt vielleicht doch mal fertig spielen. Und deshalb spielen wir die Version weiter hier. Ich meine viel, ja, im Grunde genommen haben wir bloß den Personenverkehr, der fehlt. Und so ein paar Funktionen, natürlich die anders aussehenden Gebäude, aber ansonsten. So, Schwerer Dieselmotor ist fertig entwickelt in Elektronikproduktion. Wie war es jetzt? Ich wollte nicht mehr weiter Fahrzeuge erneuern, weil wir ja dann noch hier Dings machen können. Elektromotor und Dieselmotor 3. Ja, dann lassen wir das erstmal, da machen wir das lieber ganz im Gesamten. Holzbearbeitung, nicht genug Ressourcen, aber da kommt jetzt gerade schon den Zug an. Ipsi, jetzt kamen wir mehr Glasschein, aber ich glaube, wir haben die Züge, haben wir doch zumindest schon getaunt. Ne, sind auch nicht alle durch. Weil, na gut, hier gibt es ja ein paar neue Loks. Ah, da gibt es auch noch Elektromotor 2. Ein schwerer Elektromotor, ja, okay, dann müssen wir dann halt mal gucken, wie das wird. Achso, Holzbearbeitung läuft auch noch. Elektronikproduktion ist hier. Woran scheitert denn das hier? Das ist so, wenn ich von den Rollen komme, das kann man doch beschleunigen. Oder nicht? Wie viele Tage hatten der noch? Oh, naja. Die Rollen bauen wir eh wahrscheinlich später für irgendwas anderes und dann können wir das ja gleich einfach mal hier ausbauen. Das wird übrigens jetzt, also plan ich zumindest, je nachdem, ob ich das durchhalte heute, wieder eine zweieinhalb Stunden Aufnahme. Dann möchte ich wieder zwei Wochen Videos haben. Ich habe hier diesen komischen Sound-Bug, das ist so ein bisschen verspätet. Dings. Das ist also auch mit einem neuen Dings nicht behoben. Was haben wir hier? Kupfer. Wie geht denn das forschungstechnisch dann überhaupt weiter? Hier haben wir die Dinger. Schwerer-Diesel-Motor 2, das machen wir gerade. Elektro-Motor braucht dann hier diesen Schaltkreis. Diesel-Motor 3 gäbe es noch. Da müsste man aber dann das Zeug dort hinfahren irgendwie. Und diese Elektro-Motor, achso, Moment. Genau, das haben wir gerade am... Achso, hier gibt es dann diesen Schaltkreis. Okay, dann könnte man noch den Diesel-Motor machen. Da müsste man dann allerdings... Irgendwie hier oben dann diese... ...die Rollen hinbringen. Das heißt, sie müssten dann von hier unten... Eieiei, das ist auch wieder eine Wegführung hier. Von hier... ...dann irgendwie da drüber transportiert werden. Ja, eieiei, ja, 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 ja. Ja gut, das sollte ja irgendwie möglich sein. Kann der die ansacken? Barenhaus mit Kupferkabel. Okay, der Bahnhof kann die ansacken. Das heißt, wir könnten das dann auf jeden Fall von dort nehmen... ...und kann der hier runterfahren. Achso, hier war dieser komische Wegpunkt, den wir ja dort provoziert hingebaut haben. Gut, der würde dort theoretisch hinkommen. Wir müssten aber nochmal die Strecke dort anbinden überhaupt. Ja, dann würde ich sagen... ...machen wir das doch einfach mal. Wir haben jetzt 10 Millionen. Kann ich eigentlich das Hauptquartier wieder erweitern? Ne, fehlt noch ein bisschen was. Theoretisch könnten wir jetzt auch noch andere... ...Gebiete kaufen. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal soweit alles an Ressourcen da. Eine kleine Planierung stattfinden lassen. Von hier hinten endet das schon, ne? Güterbahnhof, zack. Gleich zweigleisig. Länge von 130 machen wir auch wieder, wie wir es überall haben. Und das ist gut gefüllt hier. Und das ist gut. Sump. Und jetzt binden wir die Station einfach an. Oh, ich überlege gerade, ob man das überhaupt ist, hier an die Strecke anbindet. Weil die wird ja nicht benötigt. Eigentlich müsste man die direkt hier geradeaus durchbauen und dann irgendwie... Ach, hier ist natürlich jetzt blöd, weil hier hauptsächlich die... die durch den Bahnhof dann fahren. Also müsste man irgendwie hier noch einen Abzweig machen, dass die auf das Gleis kommen. Ei, 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 ei. Okay, bauen wir uns jetzt überhaupt erstmal dorthin, würde ich sagen. Ja, was ist jetzt los? Will ich mal den Planierer bitte mal nehmen hier? Danke. So, wo komme ich jetzt hier rum? Elektrifizierung wird ja auch nochmal interessant, dann, wenn wir die haben. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich hier hinten noch... Na, komm, wie ist das aus? So. Na, sag mal. Jetzt. Macht meine Maus hier schon mal den Abgang. Ich glaube, die Kurve, die könnte ruhig ein bisschen Stücke weiter sein. So, hier, und jetzt eine Brücke drüber. Und zwar die gute Traversenbrücke. Geht die einfach hier so quer durch. Kann das dort nicht bauen, weil... Bis dahin geht's. Ach ja. Alles klar. Na, muss ich sie, glaube ich, nochmal abreißen. Da passte die Höhe nicht. So, haben wir eine neue Versuchbrücke. Höhe 3. Das sollte aber gehen, ne? Da muss die noch eins höher. Machen wir das jetzt mal anders. Planieren das Stück hier noch mit rein. Dann kann ich die Brücke nämlich ein Stück später starten lassen. Die Höhe müsste passen. Hm, da steht jetzt natürlich der Pfeiler. Auf dem Ding. Oh. Das hat nie gepasst. Ne, muss doch eins höher werden dann. All blöd, das... Warte mal, kann ich das so machen? Königsbrück akzeptiert jetzt Sand. Das geht ja geil. Zack. Okay, dann machen wir erstmal schnell Sand für Königsbrück. Dass die da jetzt nicht irgendwie... Dingsen. Da brauchen wir den Sand. Ne, da ist Stein. Hier unten. Fahrzeug bringt kein Geld ein. Höhe, die akzeptieren das doch da. Das ist halt entladen. Hm. Das ist der einzige, äh... Lkw, das zu drin bringt. Die Holzrahmen, gibt es drei Stück. Na gut, könnte man dann vielleicht nochmal einen vierten machen. Wo wird das abgeliefert? Hier, ne? Da kommt immer noch ein vierter rein. Individuelle Route? Ne, eigentlich nicht. So, das geht ja hoch zu unserer Baustelle. Baustelle. Denn das zweite Gleis muss ja auch noch gebaut werden. Das machen wir dann genauso. Ah, hier staut sich jetzt natürlich das ganze Kupfer, weil es da nicht weitergeht. So, die Brücke. Welche Höhe hatte ich da? Vier, ne? So, genau. Ach, die passt da jetzt nicht hin. Das heißt, hier muss, glaube ich, dann dieser Huckel... Jetzt kann ich das Ding bloß ganz wegreißen. Da muss jetzt dieser Huckel, glaube ich, ein Stück später kommen. Damit es passt. So, ja, vielleicht. Ach, Moment, wir wollten Königsbrück Sand liefern. Und ich habe bloß bei dem LKW geguckt. So, Elektronikproxim 2 ist fertig.